Herzlich Willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dieser heutige Medienkommentar thematisiert die aktuellen Kriegsvorbereitungen der USA und ihre Verbündeten gegen Syrien. Lassen Sie uns in der Geschichte kurz 67 Jahre zurückblicken, um den historischen Kontext der aktuellen Ereignisse zu beleuchten. Im Januar 1946 wurde der UN-Sicherheitsrat gemäß Selbstdeklaration im schrecklichen Eindruck des Zweiten Weltkrieges gegründet. Die Vereinten Nationen hatten ihm damals die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit übertragen. Kriege dürfen seither gemäß Völkerrecht nur noch mit der Zustimmung aller fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates erklärt werden. Diese Mitglieder sind die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Heute, 67 Jahre später, bereiten sich die USA und ihre westlichen Verbündeten offiziell auf einen militärischen Angriff gegen Syrien vor, obwohl zwei Mitglieder des Sicherheitsrates, nämlich Russland und China, diesen Angriff vehement verurteilen und bereits ihr Veto gegen vorangehende Resolutionen erhoben haben. Liebe Zuschauer, wollen die Westmächte gerade aufgrund bisher nicht bewiesener Chemiewaffeneinsätze der syrischen Regierung einen weiteren blutigen Kreuzzug für das Völkerrecht starten, während sie die höchste Regel desselben Völkerrechtes gleichzeitig brechen? Zur Erinnerung, der Irak-Krieg vor zehn Jahren war genauso ohne UN-Mandat eröffnet worden. Er gilt heute offiziell als völkerrechtswidriger und illegaler Angriffskrieg, bei dem die Weltgemeinschaft durch die US-Propaganda über angebliche Massenvernichtungswaffen bewusst irregeführt wurde. Könnte es sein, dass sich diese Geschichte nur deshalb zu wiederholen droht, weil man es versäumt hat, die US-Kriegsverbrecher nach dem Irak-Krieg zur Rechenschaft zu ziehen? Der britische Außenminister William Haig meinte gegenüber BVC vorgestern herablassend, ein militärisches Eingreifen in Syrien ist auch ohne einstimmige UN-Resolution legitim. Ist es lediglich Naivität oder doch eher Selbstherrlichkeit, die Haig dazu antreibt, leichtfertig Sicherheitssysteme außer Kraft zu setzen, die einst eingerichtet wurden, um künftige Weltkriege zu verhindern? Wer wird das drohende Unheil in Syrien abwenden und die vergangenen Verbrechen im Irak sühnen? Gibt es noch eine Weltmacht, die dazu imstande ist? Meine Damen und Herren, helfen auch Sie, diese Informationen zu verbreiten, Schauen Sie sich auch die Medienkommentare von vergangenem Montag und Freitag an, welche weitere wichtige Zusammenfassungen der momentanen Situation in Syrien zeigen. Auf Wiedersehen! Meine Expertise, wie Sie wissen, ist CIA, Marine Corps, drei CIA-Secret Wars. Ich hatte eine Position in der National Security Council in 1975 als Chief der Angola Task Force, um die Krieg in Angola zu führen. Das war die dritte CIA-Secret War, ich war ein Teil von der National Security-Lawen, die die National Security-Lawen, die National Security-Counsel und der CIA, wie Sie wissen, war in 1947. Die CIA wurde gezwungen diese Charter zu performen so viele andere Fälle und Funktionen als möglich sein zu den National Security-Lawen, und gezwungen eine verbrechende Autorität zu verbreiten, die Sourcen und Methoden. Ich glaube, es war in den mid-'80s, dass ich in der dritten Weltkrieg die Dritte Weltkrieg, weil in meiner Forschung, ich wusste, dass wir nicht die Sowjetunion und die CIA's activities waren, wir waren die Menschen in der Dritte Weltkrieg. Und ich werde kurz, in der Interesse von Zeit, geben Sie ein wenig Sinn aus, was das bedeutet, diese Dritte Weltkrieg. Basically, es ist die dritte, ich glaube, in terms der Lauf von Leben und Human Destruction, die drittestes Worte in all der Geschichte. Sie unterteilt, sie unterteilt, sie unterteilt, in allen Teilen der Weltkrieg. Sie auch unterteilt die Lichense der Lichense zu operieren, einfach völlig über und über die US-Lawen. Sie hatten eine Lichense, wenn Sie sagen, zu töten, aber auch sie unterteilt das zu einer Lichense zu smuggeln, eine Lichense zu tun, zu tun, zu anderen Menschen, in anderen Gesellschaften, in violationen der internationalen Lawen, und alle Prinzipien der Nationen zusammenarbeitet für ein besserer und besserer Weltkrieg. Meanwhile, again, sie verletzten, um die US-Legal-Systeme zu verändern, in so eine Weise, dass es ihnen kontrolliert wird, um unsere Gesellschaft zu verändern. Wir haben massive documentation, was sie nennen, die Secret Wars der CIA-Secher. Wir haben nicht zu denken oder zu denken. Wir haben die Church-Kommitee investigieren. In 1975 gab es uns unser erstes, wirklich in-depth, powerful look inside dieser Struktur. Senator Church hat gesagt, in den 14 Jahren bevor er hat seine Investitionen, dass er hat sie 900 major operations und 3,000 minor operations gemacht hat. Und wenn Sie das über die ganze Zeit, die 40-odd Jahre haben wir mit der CIA-Secher, Sie kommen mit 3,000 major operations und über 10,000 minor operations. Every one of them illegal, every one of them disruptive of the lives and societies of other peoples, and many of them bloody and gory, beyond comprehension almost. Extensively, we manipulated and organized the overthrow of functioning constitutional democracies in other countries. We organized secret armies and directed them to fight in just about every continent in the world. We encouraged ethnic minorities to rise up and fight. People like the Mosquito Indians in Nicaragua, the Kurds in the Middle East, the Hmongs in Southeast Asia. And of course, we have organized, and we still do, and fund death squads in countries around the world, like the Treasury Police in El Salvador, which are responsible for most of the killing of the 50,000 people just in the 80s, and there were 70,000 before that. And orchestration, CIA secret teams, and propaganda led us directly into the Korean War. We were attacking China from the islands, Kemoy, Matsu, Thailand, Tibet, a lot of drug trafficking involved in this, by the way, until eventually we convinced ourselves to fight the Chinese and Korean. And we had the Korean War, and a million people were killed. Same thing for the Vietnam War, and we have extensive documentation of how the CIA was involved at every level, or the national security complex, because it's a very cooperative thing, into manipulating the nation into the Vietnam War. And we wound up creating the Golden Triangle in which the CIA, Air America airplanes were flying in arms to our allies and flying back out with heroin. We launched the largest, this is something that Jimmy Carter did, Admiral Turner brags about it, the operation in Afghanistan. Biggest single operation, I'm told, in the history of the CIA secret wars. And sure enough, very quickly we produced the Golden Crescent, which is still the largest source of heroin perhaps in the world today. Trying to summarize this Third World War that the CIA, the US national security complex, with the military all interwoven in it in many different ways, has been waging, let me just put it this way, the best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least, minimum figure, six million people who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the Third World. These are not Soviets, we have not been parachuting teams into the Soviet Union to kill and hurt and maim people, especially not since 1954 when they developed actually a capability of dropping atomic weapons on the United States. They aren't British, French, Swedes, Swiss, Belgians, we don't do bloody gory operations in the countries of Europe. These are all people of the Third World, they're people of countries like the Congo, Vietnam, Kampuchea, Indonesia, Nicaragua, where conspicuously they nor their governments do not have the capability of doing any physical hurt to the United States. They don't have ICBMs, they don't have armies or navies. They could not hurt us if they wanted to. There has rarely been any evidence that they really wanted to. And that, in fact, is perhaps the whole point. If they had had ICBMs, we probably wouldn't have done the things to them for fear of retaliation. Cheap shots, if you will, killing people of other countries of the world who cannot defend themselves under the guise of secrecy and under the rubric of national security. Good evening, dear ladies and gentlemen. Seit Mittwoch, den 21. August 2013, kursiert das Gerücht, die syrische Armee habe in Siedlungen der syrischen Region Ghouta nahe Damaskus Giftgas eingesetzt. Die Zeitung Al-Arabia berichtete, dass mindestens 1300 Menschen dabei zu Tode gekommen seien. Sie beruft sich dabei auf den syrischen Oppositionsführer George Sabra. Die Zeitung behauptet, Präsident Bashar al-Assad stecke hinter diesen Anschlägen. Die westlichen Medien griffen dies in den letzten Tagen nahezu einstimmig in ihrer Berichterstattung auf. Der britische Daily Mirror zum Beispiel titelte am Tag darauf, Nun vergaßen sie Kinder. Die Bilder toter Kleinkinder sollten diese vermeintlichen Tatsachen auf grausame Weise untermauern. Angesichts dieser emotionalen Berichterstattung gilt es einmal mehr, den Fakten ins Auge zu schauen und diesen Aussagen auf den Grund zu gehen. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass bis heute keinerlei stichhaltige Beweise für den massiven Vorwurf gegen Assad vorliegen. Es handelt sich lediglich um Behauptungen der Oppositionsrebellen. Somit kann bisher nur spekuliert werden. Die westlichen Medien und Politiker, die behaupten, dass diese Aussagen verlässlich seien, stehen auf sehr dünnem Eis. Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Anna News, die zu besagter Zeit in dem Bezirk Ostguta vor Ort waren, zeichnen ein ganz anderes Bild der dortigen Lage. Sie berichten, Ende des vergangenen Jahres wurde der Ort von Eliteeinheiten der Al-Nusra-Front besetzt. Aufgrund der ständigen Kämpfe wurde der Ort längst von Zivilisten verlassen. Derzeit sind nur Rebellenkämpfer dort, keinerlei Zivilisten. Hier befinden sich keine Frauen oder Kinder mehr, deren Leichen uns die westlichen Medien heute demonstrieren. Es befinden sich auch keine Einheiten der Freien Syrischen Armee an diesem Ort, sondern nur internationale Terroristen von ausländischen Al-Qaida-Einheiten sowie professionelle ausländische Söldner, die unter anderem auch von US-amerikanischen Instrukteuren in Jordanien ausgebildet worden sind. Die Journalisten berichten, dass am besagten Ort am 21. August eine Anti-Terror-Operation stattgefunden habe. Darüber sagen sie, Mit Dutzenden von Kameras, die unter verschiedenen Kamerawinkeln arbeiten, dokumentieren wir ohne Unterbrechung den gesamten Fortgang der Operation. An den Explosionsbildern kann jeder Fachmann unschwer erkennen, dass die Armee nur Standardmunition einsetzt. Es gibt keinerlei kriechenden Rauch. Bedenkt man das windige Wetter, die Bedingungen unter Nackern und dass die Soldaten keine Gasmasken benutzen, werden Soldaten und an der Front filmende Kameraleute selbst massiv von der Wirkung von chemischen Kampfstoffen betroffen. Aber es gibt nichts dergleichen. Das zeugt einmal mehr davon, dass die Kampagne in den Medien über C-Waffeneinsätze der Armee eine Lüge ist. Der geopolitische Analytiker Patrick Henningsen wirft im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Giftgasanschlag auch die Frage auf, wem ein solcher Anschlag nütze. Er erinnert daran, dass nur wenige Tage zuvor Waffeninspekteure der UN in Syrien eintrafen und nur unweit des behaupteten Tatorts entfernt ein Hotel bezogen. Hätte Bashar al-Assad in der Tat zur Zeit der Anwesenheit dieser Inspekteure chemische Waffen eingesetzt, müsste man ihn als absoluten Dummkopf betrachten. Denn die USA und ihre Partner werden nicht müde, auf die rote Linie hinzuweisen, die sie im Jahr 2012 erstmalig beschworen. Diese würde überschritten, sobald in Syrien Chemiewaffen zum Einsatz kämen. Eine militärische Intervention durch die USA und ihre Partner werde dann unausweichlich folgen. Diese Warnung rückt die Vorkommnisse in den letzten Wochen in ein ganz anderes Licht. An dieser Stelle möchten wir noch einmal daran erinnern. Wir sprechen von bisher unbestätigten Anschuldigungen durch die syrischen Rebellen. Sich allein auf ihre Aussage zu verlassen, ist fahrlässig. Es liegen bisher keinerlei Beweise vor. Dennoch erklärte US-Außenminister Chuck Hagel bereits am Sonntag, den 25.08., dass das US-Militär grundsätzlich auf eine militärische Intervention in Syrien vorbereitet sei und nur auf eine Entscheidung Obamas warte. Der russische Politiker Alexei Puschkow sagte hierzu, Unausweichlich bewegt sich Obama auf einen Krieg in Syrien zu, so wie zuvor Bush im Irak. Er ergänzte, genauso wie im Irak wird dieser Krieg nicht rechtmäßig sein und Obama wird zu einem Bush-Klon. Meine Damen und Herren, es muss uns allen klar sein, dass es nicht allein um Syrien geht. Es zeichnet sich hier eine Konfrontation der großen Machtblöcke ab. Den Amerikanern, Franzosen, Briten, Israelis und deren Verbündeten stünden im Falle eines Militärschlags nicht nur Syrien, sondern auch Staaten wie Russland, China und der Iran gegenüber. Wie diese reagieren würden, ist ungewiß. Sicher ist jedoch, was der syrische Informationsminister Omran Alsoubi vorhersagt. Eine US-Militärintervention wird ernsthafte Nachwirkungen haben und einen Feuerball erzeugen, der den gesamten Mittleren Osten in Brand setzen wird. Liebe Zuschauer, sorgen Sie mit uns gemeinsam dafür, dass dieses bedrohliche Szenario bekannt wird, noch bevor die ersten amerikanischen Raketen syrische Menschenleben fordern. Machen Sie möglichst viele Menschen auf die genannten Zusammenhänge aufmerksam. Guten Abend, der heutige Medienkommentar dreht um den Kriegskonflikt in Syrien. Eine Million Kinder, so teilte die UNO heute mit, wären bereits in die Flucht getrieben. Es sei eine Schande, dass man das Leiden dieser kleinen Menschen nicht lindere. Nicht weniger als das Überleben und eine ganze Generation Unschuldiger stehe auf dem Spiel. Gegen sieben Millionen Menschen wurden seit März 2011 entwurzelt. Über vier Millionen sind zu Flüchtlingen im eigenen Land geworden. Die anderen sind in die Nachbarländer geflohen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat nun angedroht, dass es im Fall einer Bestätigung von Giftgaseinsätzen in Syrien zu ernsten Konsequenzen käme. US-Senator McCain hat Präsident Obama postwendend dazu aufgerufen, mit militärischen Mitteln in den syrischen Krieg einzugreifen. Nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien dürfe Washington nicht mehr länger tatenlos zögern, sagte er gegenüber dem Nachrichtensender CNN. Die beiden UNO-Organisationen UNICEF und UNHCR klagen währenddessen die gesamte Weltgemeinschaft an, weil diese dem Konflikt fast tatenlos bloß zusehe und gegenüber den syrischen Kindern kläglich versage, von denen heute eine Million auf der Flucht seien. Damit die passiv beschimpfte Weltgemeinschaft überhaupt sinnvoll aktiv werden kann, hält Klagemauer TV an dieser Stelle für sie fest, auf welchem Weg die USA zu ihrer militärischen Vorherrschaft gelangt ist. Dann aber hält Klagemauer TV auch fest, auf welchem Weg es zu dem ganzen Syrien-Konflikt überhaupt gekommen ist. Diese sich zunehmend als Retter aufspielende USA lernten wir ursprünglich über die Wild-West-Filme kennen. Gnadenlos schlachteten sie so lange alle Ureinwohner ab, bis nicht allein die Weltgemeinschaft, sondern auch das amerikanische Volk selber zu lauten Protesten ansetzte. Wie das Chamäleon die Farbe wechselte das US-Imperium ihre Kriegstaktik. Fortan installierten sie Verteidigungsministerien und gaben vor, nur noch zurückzuschießen, falls sie angegriffen würden. Gesagt, getan, 1898 kam es unter vielem anderen zur Sprengung des US-Schlachtschiffes USS Maine. Darauf konnte die USA selbstverteidigend einen Krieg gegen Spanien anzetteln. 1941 kam es zum japanischen Angriff auf Pearl Harbor. Für die USA Grund genug, um in den Zweiten Weltkrieg einzumarschieren. Spätestens aber seit dem Fall der beiden Türme an 9-11 noch mehr seit den fehlenden Massenvernichtungswaffen des zu Unrecht zerbombten Iraks wurde zumindest einem Teil der Weltgemeinschaft klar, dass hier allerlei Überfälle inszeniert wurden, um gewollte Kriegsgründe zu finden. Ex-CIA-Agenten, die um ihres gewissen Willens aus dieser amerikanischen Terroristenvereinigung ausgestiegen sind, zeugen heute von 10.000 kleineren und 3.000 großen Einsätzen dieser Art allein in den vergangenen 40 Jahren. Sehen Sie dazu die Filme und Berichte, die am Ende als Quellen vermerkt sind. Achtung, diese Filme sind nichts für Kinder. Wenn nun also schon die Weltgemeinschaft zur aktiven Hilfe an Syriens hilflosen Kindlein aufgerufen wird, dann muss diese Hilfe im weltweit vereinten Widerstand gegen die Verbrechen der Weltmacht USA und ihrer Vasallen bestehen. Es ist daran zu erinnern, dass die Kämpfer der Freien Syrischen Armee nachweislich überwiegend aus Söldnern und verstreuten Kämpfer der Nachbarländer bestehen. Sie sind keine Damascener oder Alepper, wie von den Massenmedien behauptet. Sie sind pro-westliche Widerstandsgruppen, die von den USA finanziert werden. Ihr Hauptquartier ist in der Airbase der NATO von Inkirlik installiert. Kurzum, von den USA finanzierte Terroristen, die die gesamte dritte Welt angreifen und diese so lange durcheinander bringen, bis dass die USA in ihrer dritten Chameleonfarbe jetzt sogar humanitäre Kriege führen kann. Das heißt, sie treten nun bereits als Retter der Nationen auf, während sie nichts anderes als ihre alten Schlechterkriege fortführen. Der CIA-Aussteiger John Stockwell bezeugt in seiner Expertise über die CIA bezüglich der Marine Corps und der geheimen US-Kriege. Bereits Mitte der 80er prägte ich den Begriff Dritter Weltkrieg, weil ich bei meinen Recherchen erkannte, dass wir mit unseren CIA-Aktivitäten nicht die Sowjetunion angegriffen haben. Und jetzt kommt's. Wir griffen die Menschen in der dritten Welt an. Ich werde Ihnen jetzt sagen, was dieser dritte Weltkrieg bedeutet. Im Grunde genommen ist es, glaube ich, der drittblutigste Krieg in der gesamten Geschichte. Wir unternahmen Operationen in jedem Winkel des Globus. John Stockwell ist der höchstrangige CIA-Offizier, der je die Agentur verlassen hat und an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er leitete einen CIA-Spähposten im geheimen CIA-Krieg in Angola 1975 bis 1976. Beachten Sie auch weitere Zeugenaussagen ehemaliger CIA-Agenten. Die heute aufgeschalteten Filme in unserer Rubrik Bildung unzensiert beinhalten zwei wichtige Zeitzeugen dieser Art. Sie decken auf, dass die USA mit ihrer Masche der humanitären Kriegsführung noch längst nicht am gewünschten Ziel sind. Denn schon lange hat dasselbe Chamäleon insgeheim eine sehr bedrohliche vierte Farbe angenommen. Seit den Zeugenaussagen von immer mehr hohen CIA-Agenten versucht die US-Regierung, alle aufgedeckte Kriegsschuld allein der CIA in die Schuhe zu schieben. Darin sind sie ja Meister. Doch eine solche Schuldabwälzung darf vom Völkerrecht her niemals auch nur schon in Betracht gezogen werden. Dies so wenig wie etwa die Straffreiheit von Eltern, die ihre unmündigen Kinder dabei schützen, während diese ungehindert terroristische Anschläge verüben. Zu guter Letzt sei daran erinnert, dass die US-Kriegsprovokationen, wie sie heute US-Senator McCain gegenüber Präsident Obama betrieben hat, laut China und Russland eine Provokation für einen direkten neuen Weltkrieg sind. Denn gemäß Androhung der Staaten der Shanghai-Organisation bewerten diese Großmächte einen Angriff auf Syrien gleich wie einen direkten Angriff auf ihr eigenes Land. Sie fungieren daher als Sicherheitsmächte für Syrien. Dies tun sie, weil sie erkannt haben, dass es den USA niemals um das leidige Schicksal von Millionen Kleinkindern, sondern einzig und allein um die Erbeutung neuer Ressourcen an Öl und allerlei Bodenschätze der dritten Welt geht. Ganz im Stil der alten Wildwest-Manier. Nur leider bald im Gewand ihrer vierten Chamäleonfarbe. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv Klagemauer.tv Nichtgläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Nichtgläserne milige Schere und Schere und Schere und Schere. Denn die Stadtkarte ist weiter. Scheren Sie mal aus. Scheren Sie in der Luft-Huße,